Die Birke hat gerade vor ein paar Tagen angefangen Blätter zu bekommen. Also letzte Gelegenheit, um Birkensaft zu zapfen. Dann probiere ich es, wo ich Zweige sehe. Die schneide ich ab, biege sie rum in eine Flasche und diese Flasche tue ich dann um den Baum wickeln. Mehrere Zweige rein. Im Moment nischt, ist auch noch morgens. Die Sonne kommt eigentlich gerade erst so richtig raus. Ich werde schauen, wie es nach der Uni wird. So, dann will ich doch mal schauen, was da draus geworden ist. Nicht so viel. Mal umschalten. Ein paar Kilometer sind rausgetropft durch die Zweige hindurch. Das ist ein Teil auch von der Sonne schon wieder verdampft, wie man sieht. Na, dann muss ich mal gucken, wie das schmeckt. Na ja, die Ausbeute war nicht so gut. Vielleicht geht es nächste Woche besser oder schlechter. Ich habe es probiert. An Carlos, dem Karl Heger, alles Gute und man sieht sich. Danke für die schöne Challenge.